ungeheuer guten tag wünsche euch leute und willkommen zu diesem best of vom gestrigen livestream ich kann es kaum beschreiben ich würde es einfach mal als interessant bezeichnen ihr werdet sehen warum ich möchte mich vorab entschuldigen ich hab's geschafft hey ich hab's geschafft warum ist das ziel nein weil ich bin der einzige kann ich sagen der es zweimal geschafft hat ohne ohne das schwert zu holen war das könnt ihr mich alle nie wieder sagen weil er das schwert schon geholt das heißt das achievement was ich jetzt bekomme ist das einzige achievement vom ganzen server das achievement was ich jetzt hole das achievement hör mir jetzt zu das hast du gebannt das achievement was ich mir jetzt hole ist du hast zum ersten mal es geschafft es zu schaffen ohne es zu schaffen du hast das schwert nicht abgeholt und trotzdem nicht geschafft und jetzt holst es noch mal das hat alle anderen haben es nicht geschafft denn du hast es geschafft ohne schwert und dann hast es geschafft und holst dir das schwert und jeder andere hat das schwert direkt geholt aber du nicht